Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred. Und wir wollen es erstmal noch... Erstmal müssen wir ein bisschen was spenden, nämlich ein paar von den kleinen, feinen Bowlern. Moment, ich hab nur noch zwei Gems. Das ist ein bisschen blöd. Warte mal, ein Freeze. Oh, ich habe... Ich muss sowieso noch was aufräumen. Wir nehmen einen davon weg, kriegen dafür jetzt den Sprungzauber. Jetzt werden wir den Freeze spenden. So, und wir müssen jetzt gleich auch noch in der CWL angreifen. Und ich habe ja gefragt im Community-Tab, ihr könnt das ja gerne mal nachlesen, ob ich mal wieder mehr Update-Folgen aufgreifen soll, weil das im Endeffekt... Ja, im Endeffekt macht es am meisten Spaß. Muss ich ganz ehrlich auch sagen, es macht mir auch am meisten Spaß, über Update-Sachen zu reden. Und deswegen müssen wir mal gucken, dass wir da auf jeden Fall mal wieder mehr über Update sprechen und so weiter. Ich habe sofort Update-Gerüchte, was schon feststeht und so weiter. Das werden wir gleich tun. Ich werde jetzt allerdings erstmal in der CWL angreifen. Wir greifen unseren Gegenüber an, nämlich die Nummer 6. Das ist auch ein Rathaus Elber. Ich habe ansonsten alle Truppen fertig. Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Single Inferno bedeutet... Ich würde sagen, wir gehen auch ruhig von oben rein. Ne, dann laufen wir direkt in die zwei Infernos rein. Ich gehe auch eher auf zwei Sterne. Deswegen gehen wir von links rein. Ich habe vier Ice-Golems, 17 Baulo, 8 Hexen und noch zwei von den Bogenschützen. In der Clanburg habe ich zwei Ice-Golems und einen... Warte mal, können wir nicht einen Machtrank benutzen? Was passiert, wenn ich jetzt einen Machtrank benutze? Ähm, Armeeschub. Ich glaube, das hat gar nicht so viel gebracht. Aber das bringt was. Ich habe eh noch einen Heldentrank. Äh, einige Heldentränke habe ich noch. Beim Warden bringt das natürlich nichts. Aber ansonsten... So ist das die Nummer 6. Nicht, dass ich mich jetzt vertue. So. Rein, 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 rein. Eins, zwei, drei, vier. Ich habe hier die Hexen mal hinterher gesetzt. Ich habe die Hexen nicht gescheit verteilt, aber ist egal. So, König, Königin, Warden. Zack, du hinterher. Ich freeze schon mal einmal zur Sicherheit. Ja, ja, er läuft da hin, läuft da hin, läuft da hin, läuft da hin. Ja, er läuft alle da vorne hin. Lauft alle da vorne hin. Lauft alle da vorne hin. Lauft alle da vorne hin. Oh, er hat was in der Clanburg. Er hat was in der Clanburg. Natürlich hat er was in der Clanburg. Das wäre auch... Wäre auch unsinnig gewesen, hätte er nichts in der Clanburg gehabt. Natürlich hat er was in der Clanburg. Was rede ich? Aber wir werden das locker schaffen, weil wir jetzt das Rathaus schon mal haben. Die Adler, der fangen wir jetzt nämlich gleich auch. Komm, 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 komm. Oh, die haben sogar schon die gegnerische Clanburg zerstört. So, kann ich da nochmal eben freeze-ln. Okay, wir haben 50%. Alles okay. Wir haben den zweiten Stern geholt. Es ist alles okay. Es ist alles okay. Okay, ja, gleich reden wir ein bisschen über das Update. Oder beziehungsweise, es sind ja... Eigentlich sind es ja mehrere, über die wir reden. Wir reden nicht nur über das Update, was im Oktober kommt. Nein, wir reden auch über das Update Ende des Jahres. Wir reden über das Update... Die Updates im nächsten Jahr, was uns noch so erwarten könnte. Da gibt es auf jeden Fall noch relativ viel zu besprechen. Da freue ich mich schon drauf. Weil ja aktuell ein bisschen tote Hose ist. Und wir nicht so ganz so viele neue Sachen haben im Spiel. Komm, komm, mach, nehm, komm. Yes, haben wir noch geschafft. Wir haben noch ganz schnell eben den X-Bogen zerstört. Das ist natürlich sehr gut. So, oben ist die Kanone weg. Jetzt ist gleich hoffentlich der Bombentum noch weg. Und der Tesla auch, hoffentlich. Die Königin lebt immer noch. Das ist natürlich super. Auch wenn sie jetzt gleich drauf gehen wird. Aber sie hat noch ein bisschen mitgeholfen. Für 100? Für 100%? Das wäre natürlich geil. 100% würde ich extrem feiern. Aber das wird... Es wird auch knapp werden. Wir zoomen mal ein bisschen rein. Guck mal. Der König ist weg. Oh, er hat doch kaum noch... Er hat doch echt kaum noch Sachen da. Er hat kaum noch Verteidigung übrig. Aber es wird nicht reichen, glaube ich. Oh, ist das ärgerlich. Ist das ärgerlich. Weil die Hexen jetzt gleich... Down sind wahrscheinlich. Wie viele haben wir denn noch? Drei Hexen noch. Drei Hexen gegen jetzt einen Tesla. Und gegen einen Bogenturm. Es wird knapp. Es wird echt knapp werden. Wenn sie jetzt außen rum laufen, haben wir eine Chance. Lauft außen rum. Nein. Lauft doch außen rum. Lauft doch außen rum. Lauft doch außen rum. Nicht auf die Mauer. Nicht auf die Mauer. Hä? Wo ist noch was übrig? Wieso gehen die denn auf die Mauer drauf? Das ist total unsinnig. Komm, beschwört bitte was. Beschwört doch bitte was. Es reicht aber, glaube ich. Es wird reichen. Ganz knapp. Oh Gott. Es hat gereicht. Oh. Es hat ganz knapp gereicht. Ein Glück. Das war knapp. Das war wirklich knapp. Jetzt haben wir wieder... Okay, jetzt habe ich noch drei Bowler. Die brauche ich natürlich nicht. So. Zwei davon. Dann nehmen wir ruhig mal wieder ein paar Elektro-Drachen mit. Wobei, nee. Ich habe gesagt, wir brauchen eher Dunkles. Das ist blöd. Wir brauchen ja eher Dunkles. Nehmen wir zwei Hunde mit. Nehmen ruhig mal fünf Hunde mit. Und Rest-Ballons. Weil, wie gesagt, ich brauche aktuell ja echt eigentlich nur Elixier und Gold. Den Rest brauche ich einfach mal gar nicht. Weil ich ja aktuell immer noch 100... Wir haben immer noch 182.000. Und ich muss ja irgendwann die Helden auch mal machen. Aber erst nach der CWL natürlich. Erst nach der CWL. So. Jetzt haben wir ja gesagt, wir reden ein bisschen über die Updates, die uns dieses Jahr noch erwarten. Also, wir können ja mal erst mal sagen, was wissen wir denn überhaupt? Wir wissen, dass ein Oktober-Update kommt, wo... Ich glaube, Darian hatte es gesagt, wo nichts Neues kommt, weil ja die CWL vor der Tür... Ne, nicht die CWL, die WM vor der Tür steht. Und deswegen haben sie gesagt, wollen sie halt keine dauerhafte neue Truppe machen. Eine Halloween-Truppe ist ja im Bereich des Möglichen. Die kam ja jedes Jahr. Die bleibt dann natürlich nur für ein paar Wochen. Aber so eine generelle Truppe, die dann halt, zum Beispiel so wie der Elektro-Drache oder wie jetzt der Eis-Golem, der ja zuletzt als neue Truppe reinkam, dass wir halt eine neue Truppe haben, die permanent im Spiel ist. Da haben sie ja gesagt, das wird nicht passieren, das wird nicht kommen. Deswegen, ja, das ist halt das Problem, finde ich jetzt persönlich. Dass sie halt sagen, bei der WM kommt jetzt durch... Also, beziehungsweise aufgrund der WM kommt nichts Neues. Warum machen sie denn nicht einfach, dass man bei der WM mit einem, äh, mit einer Version von Clash of Clans spielt, wo dann die neue Truppe halt einfach nicht drin ist? Wäre jetzt zum Beispiel mein Vorschlag gewesen. Man sagt dann, ähm, keine Ahnung, man sagt, ja, bei der WM ist dann zum Beispiel... Die neue Truppe, nennen wir sie jetzt einfach mal... Keine Ahnung. Ich hab jetzt ehrlich gesagt keine Idee, was ich machen würde. Ähm, Elixier-Golem. Das ist ja die neue Truppe bei Clash Royale. Nennen wir sie einfach mal Elixier-Golem. Der Elixier-Golem, der jetzt bei Clash of Clans reinkommt, der würde dann, äh, bei der WM einfach nicht gespielt. Oder ein neues Gebäude. Oder, was weiß ich... Wobei man ja sagen muss, wenn sie ja so etwas machen würden, wie zum Beispiel ein Clandorf oder wie Operation oder sowas, dann müsste man ja dafür die WM... Dann müsste man ja keine Rücksicht auf die WM nehmen, weil es ja kein neues Gebäude oder so in dem Sinne ist. Dann wäre es ja einfach nur ein neuer, ja, sagen wir mal, ein neuer Spielmodus, wo dann einfach, ähm, alle zusammenarbeiten, um irgendwas aufzubauen oder so. Aber das sind ja halt alles so Wünsche von mir persönlich, die ja eh niemals ins Spiel kommen werden. Von daher ist das ein kleines Problem. Und der ist viel weiter als ich hier. Ah, ha, ha, ha. Was tun wir hier? Was tun wir hier? Ich glaube, ich... Luft? Luftangriff? Machen wir mal einen Luftangriff? Machen wir mal einen Luftangriff? Ja, machen wir. Aber mit... Boogies. Und zwar versuche ich jetzt mit der Kampfmaschine schon mal etwas wegzumachen hier. Wenn die Kampfmaschine da etwas weggemacht hat, versuche ich die Luftabwehr zu holen, aber das hat jetzt schon nicht gut funktioniert. Also, beziehungsweise die Luftbomben wegzuholen, das hat aber auch noch gar nicht gut funktioniert. Allerdings, ein bisschen hat sie ja schon aufgeräumt. Okay, die Juwelenmine da oben ist jetzt gleich weg. Jetzt geht mal bitte alle da drauf und auf die Kanone, bitte. Das wäre gut, wenn wir die Kanone haben und die Luftbomben, dann könnte ich mit den anderen Truppen schon mal weitersetzen. Komm, 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 ist weg. So, jetzt ist im Endeffekt das Problem, wir müssen eigentlich auf einen Stern draufgehen. Weil das ja hier die, ne, das sind ja die Babys, die Babydragons, da müssen wir auf einen Stern draufgehen. Ich weiß ja, dass ihr auch immer Update-Infos haben wollt. Und selbst wenn es nur Spekulationen sind, es ist einfach, es hilft, es hilft einfach bei der Wartezeit. Das geht mir persönlich ja auch so, dass einfach auch diese Spekulationen, was könnte denn kommen und was könnte uns denn erwarten, dass es auch einfach hilft mal so zu warten, wenn man weiß, es kommt jetzt halt erstmal nichts Neues. Das ist einfach so. Und oh, 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 komm wir da noch ein bisschen weiter ran? Komm wir noch, komm wir noch, komm wir noch zur Meisterhütte? Ah, das werden wir nicht mehr schaffen. Die holen wir leider nicht mehr ganz, aber ich will jetzt eigentlich nur mal eben warten, bis meine anderen Truppen fertig sind, damit wir da mal wieder angreifen können. So, Blitzzauber erhalten. Wir können jetzt hier endlich mal noch ein bisschen was wegmachen für ein paar Gems. Zwei Gems haben wir gerade, okay, Moment. Nein, ich hab eh keinen, ich hab, ich hab keinen, äh, umsonst Boost mehr. Hier ist auch noch ein bisschen was am Schlafen. Wir reden gleich auf jeden Fall noch, oi, Level 136. Wir reden gleich auf jeden Fall noch ein bisschen weiter. Wir sind ja mit dem Oktober-Update ja auch noch gar nicht fertig mit der Berichterstattung und mit dem, was ich mir da so überlegt habe, was ich euch noch so erzählen möchte darüber. Und dann haben wir ja auch noch das Dezember-Update. Und das Update nächstes Jahr im, ja, wobei, wann könnte es nächstes Jahr, kommt April? Ist ja immer so der, der Zeitplan eigentlich, ne? Dezember, April oder dann eher so April, Juni, Mai, Juni, so den Bereich. Reden wir gleich drüber. Die Helden müssen ja eben fertig werden. Bis gleich. So, wir sind bereit und können jetzt hier ein bisschen noch weiterreden und können vor allem, ähm, jetzt natürlich auch noch ein bisschen Loot mitnehmen. Das ist ja, ähm, ich kann nicht, ich kann nicht zoomen. Doch, ich kann zoomen. Ich kann zoomen. Also, das ist natürlich das, was jetzt hier auch noch wichtig ist, dass wir jetzt mal eben ganz schön uns um die Luftabwehr kümmern, dass wir noch ein bisschen reden über die Updates. Also, ich hatte ja gesagt, dass das Update, äh, welches war es? Oktober-Update, ne? Das ist Oktober-Update quasi ja, das steht ja jetzt vor der Tür. Allerdings, wir wissen, es kommt ja keine neue Truppe. Das hat Darren ja gesagt. Es kommt auch kein neues Gebäude, hat er, glaube ich, auch gesagt. Ich, ich hoffe mal, ich, also ich, es ist ja die Erinnerung, die ich noch habe an das Ask Me Anything bei Reddit, wo er das gesagt hat, dass halt keine neue Truppe kommt und auch so sonst kein neues Gebäude wegen der WM. Und die Frage ist ja dann, wenn wir ja wissen, dass keine neue Truppe und kein neues Gebäude kommt, was kommt? Also, das sind sehr interessante Sachen, die uns da erwarten. Und ihr könnt auch gerne, gerne, gerne diskutieren in den Kommentaren, was ihr euch denn so erhofft. Also, vielleicht irgendwelche Sachen im Spiel, äh, unter dem Motto Quality of Life Changes, die uns das Leben halt einfacher machen im Spiel, die ja zwischendurch, ja, sagen wir mal ehrlich, auch ganz sinnvoll sind. Also, man braucht ja im Endeffekt nicht, man braucht ja jetzt nicht nur Updates. Es ist ja auch mal ganz okay, wenn man mal so ein paar, ähm, andere Sachen hat, so ein paar Quality of Life Changes, ähm, die dann halt schon mal vorbereiten auf das nächste Update zum Beispiel. So, jetzt werden wir da mal eben freeze. Diese, die sind jetzt alle schon auf dem Weg in die Mitte, das ist schon mal gut. So, schon mal einmal das gemacht. Zack, und zack, und zack. Ja, Quality of Life Changes. Dann ist ja auch wieder die Frage, was? Denn der Global wird ja abgeschafft. Nein, ich hab, ich hab den Füß verbockt. Der Global wird ja abgeschafft beim Update, ähm, und das ist ja dann die Frage, was ersetzt dann die Suche nach neuen Spielern? Oder wie können Spieler nach dem Update in Clans, wie können Clans nach dem Update neue Spieler finden? Das sind ja alles interessante Fragen. Also wird das Update vermutlich gar nicht mal so ohne sein, also auch gar nicht mal so gering sein. Selbst wenn es nicht so viele Neuerungen im Spiel selber gibt, wird es wahrscheinlich für viele Spieler doch ein Einschnitt sein, weil er, wie gesagt, der Global dann weg ist, ne? Das ist ja die Sache. Der Global ist dann weg, und da muss man sich halt überlegen, was macht man, und wie kommt man an einen neuen Spieler ran? Oder wie kommt man an einen Clan ran? Deswegen wird das Update auf jeden Fall sehr spannend werden. Das wird ein sehr spannendes Update werden. So, jetzt haben wir fast schon wieder alles fertig. Äh, das ist auch fertig. 1, 2, 3, 4. Warte mal, wir nehmen 3 mit, nehmen 20 Stück mit, und nehmen den Rest einfach mal Ballons mit. Ja, das passt so. 2, 3, 4, 5. Zack, 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 das passt auch soweit. Und dann machen wir jetzt einen Cut. Wir reden aber gleich auf jeden Fall noch über das Update Ende des Jahres. Das richtig, richtig, richtig dicke Update, was dann kommen soll, was schon von mir und wahrscheinlich von vielen anderen auch schon sehnlichst erwartet wird. Also, da reden wir dann gleich drüber. Das ist auf jeden Fall noch richtig spannend. Wir haben jetzt das Oktober-Update ja fast abgehandelt, aber da gibt es ja auch noch ein paar, im Endeffekt gibt es ja auch noch ein paar Sachen zuzuerzählen. Und dann werden wir sehen, Ende des Jahres, was wird uns denn da überhaupt erwarten. Und dann bis gleich. Okay, wir haben noch mal einen, eine gerushte Base, und das ist eigentlich ganz gut. Da muss ich mich nicht besonders anstrengen. Und wir können noch ein bisschen über das Update reden. Warte mal, was habe ich in der Kleinburg? In der Kleinburg habe ich noch Ballons. Wir setzen schon mal eine Reihe hin. Setzen jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Stück. Setzen den Rest hinterher. Müssen jetzt im Endeffekt, dass wir nur aufpassen, dass wir 1, 2, 3, 4 Stück schon mal gesetzt bekommen von unseren Eilzaubern. Ob den Warden darf ich natürlich auch nicht vergessen. Single Inferno brauche ich nicht zu freezeln. Wir haben aber noch mal da noch mal ein und da noch mal ein. Und können jetzt mal ein bisschen reden. Also, ich hatte ja gesagt, Ende des Jahres soll ja wahrscheinlich noch mal ein riesiges, ein großes Update kommen. Und die Frage ist ja jetzt, was wird uns Ende des Jahres erwarten? Und viele Leute sagen, es wird Rathaus 13. Die Wahrscheinlichkeit für Rathaus 13 ist extrem hoch. Und warum ist die Wahrscheinlichkeit für Rathaus 13 extrem hoch? Weil sie gesagt haben, beziehungsweise Darren hatte im ersten bei Reddit gesagt, im letzten bei Reddit, dass sie versuchen, immer 1,5 Jahre zwischen den Rathausstufen ungefähr einzuhalten als groben Zeitplan. Und Dezember 2019 wäre genau 18 Monate nach Rathaus 12. Rathaus 12 kam ja im Juni 2018 raus. Und es wären dann genau 18 Monate. Das wird halt passen. Und es wird auch, finde ich, jetzt ins Spiel passen, weil wir ja, ähm, ja, weil wir schon lange nichts mehr hatten. Bei Clash of Clans, wir hatten schon, wir hatten schon lange keine, keine neue Truppe mehr. Und lange schon keine, keine anderen Sachen mehr. Und so weiter und so fort. Von daher, Mann, im Husten. Ähm, das wird auf jeden Fall, das wird auf jeden Fall funktionieren. Das würde, das würde auf jeden Fall funktionieren. Dass wir, also vor allem neuer Held. Neuer Held mal wieder. Mit der neuen Rathausstufe, bei der letzten neuen Rathausstufe, bei Rathaus 12, hatten wir keinen neuen Held. Das fand ich ein bisschen schade. Das wäre ja geil, wenn sie dann sagen würden, bei Rathaus 13 machen wir neuen Held. Und König läuft doch nicht außen rum. Ach, König. Wir brauchen doch noch ein bisschen Elixier und sowas. Aber das ist auch noch, wie wir das ja sehen, ist da außen auch noch ein bisschen in den Minen und Sammlern drin. Das ist schon mal nicht verkehrt. Ich kann noch beides zünden. Ich kann den König noch zünden. Ich kann den Königin noch zünden. Wir kriegen da wahrscheinlich noch ein bisschen was raus. Ja, doch. Doch, 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 doch. Im Lager ist jetzt nicht ganz so viel drin. Der Warden lebt noch vom Gegner. Die Startuhr, das kriegen wir aber auch hin. Weiter, 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 weiter. Haben wir. Ruhe durch noch ein bisschen Elixier. Ja, neuer Held wäre geil. Neues Gebäude wäre natürlich auch geil. Die andere Frage bleibt dann noch, was wird dann die Verteidigung sein von Rathaus 13? Ich weiß halt nicht, ob sie den Giga-Tesla weiterziehen oder ob sie dann einfach, also ob sie einfach sagen, wir machen Giga-Tesla Level 6 oder generell den Tesla obendrauf Level 6 und wir machen dann Rathaus 13 in einer anderen Farbe oder sonstige Geschichten. Oder wie bei meinem Rathaus 13 kommt vielleicht ein Infernoturm obendrauf oder sowas. Das weiß ich halt alles nicht. Wäre halt mal wieder Zeit für ein neues Ask Me Anything von Darian, finde ich, wo er mal wieder so ein paar Sachen rauskloppt. Weil doch aktuell so ein paar Infos fehlen und ich werde den Zauber nicht mehr setzen. Mit etwas Glück kriegen wir die Goldmine noch, das wird mir dann schon reichen. Ja, okay. Wir geben auf. Wir geben auf. War doch, war doch ganz okay insgesamt vom Loot und ja. Könnt ihr mal gerne mitdiskutieren in den Kommentaren, was ihr denn so denkt, was denn da sinnvoll wäre und was wäre realistisch. Was, auf was könnte man warten? Was könnte man, was kann man erwarten vor allem? Das sind echt Fragen aktuell. Ja, da überlege ich selber und denke mir so, hm, was könnte uns da wohl jetzt erwarten bei Rathaus 13? Werden es neue Mauern geben? Also, wird es neue Mauern geben? Werden wir neue Mauern sehen? Frage, Frage, Frage. Fragen über Fragen. Und ich werde es auf jeden Fall nochmal 20 davon mitnehmen. Ein paar Ballons. Das passt. Das passt auch. Und dann sehen wir uns in einer neuen Episode wieder, wo wir noch auf jeden Fall, also über das Dezember-Update müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen diskutieren. Da gibt es ja echt noch einige offene Fragen. Aber im Endeffekt über das Oktober-Update, da gibt es ja auch noch einige offene Fragen. Also, das ist, das ist Fragen über Fragen aktuell. Also, ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns später wieder. Guckt in die Beschreibung. Abonniert den Kanal. Und dann bis später. Macht's gut. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020